Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meiner neuen Nachtsichtgeräte-Serie. In den kommenden Wochen und Monaten werde ich euch verschiedene Nachtsichtgeräte für den Outdoor-Bereich vorstellen. Allgemeine Informationen schon mal zu den Nachtsichtgeräten, den Generationen und den Bezeichnungen findet ihr unten in der Beschreibung. Heute stelle ich euch das 5x50 digitale Nachtsichtgerät von Bressa vor mit Aufnahmefunktion. Wie ich es finde und was es alles kann, seht ihr jetzt im Video. Also viel Spaß! Bei dem 5x50 Monocular handelt es sich um ein digitales Nachtsichtgerät ohne Bildverstärkerröhre. Das Restlicht bzw. die Infrarotbeleuchtung wird bei diesem Gerät über einen sehr empfindlichen CMOS Color Sensor eingefangen. Somit bekommt ihr anstatt des typischen grünen Absehens über Systemen mit Röhren ein farbiges Bild. Allerdings schwindet die Farbe bei Eintreten der Dunkelheit und ihr seht nur noch in Schwarz-Weiß. Jetzt aber erstmal ein paar allgemeine Informationen. Das Nachtsichtgerät ist 17,5 cm lang, 5,5 cm breit und 8 cm hoch. Mit den Maßen passt es gut in ein Deckelfach oder in eine größere Beintasche. Auch das Gewicht ist mit ca. 360 g inklusive Batterien sehr angenehm. Beim Material wurde für das Gehäuse ein schwarzer Kunststoff gewählt, der sich sehr hochwertig anfühlt. Wetterfest ist es übrigens nicht. Am Objektiv und Okular wurde ebenfalls Kunststoff verwendet, diesmal allerdings gummiert. Ebenfalls gummiert sind die Bedienungselemente und die Abdeckung am unteren Teil. Schauen wir uns jetzt die Elektronik an. Betrieben wird das Monokular von vier 1,5 Volt Batterien im AA-Format und hält damit ca. 5 Stunden. Das Batteriefach befindet sich unter dem Okular und wird über eine Klappe verschlossen. Für die IR-Aufhellung ist noch eine Infrarotbeleuchtung mit einem Wellenbereich von 850 Nanometern verbaut. Bei der Reichweite sind ca. 150 m angegeben. Ich persönlich würde die Leuchtweite bei völliger Dunkelheit mit bis zu maximal 40 m angeben. Hier seht ihr jetzt noch das Glimmen bei Nacht des IR-Aufhellers, das sich durch die 850 Nanometer aber nicht vermeiden lässt. Im Inneren ist ein sehr helles LCD verbaut mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln, also nicht besonders hochauflösend. Der Sensortyp ist wie schon erwähnt ein CMOS Color. Hinter der Gummiabdeckung im unteren Teil ist der USB-Anschluss, eine Anschlussbuchse für externen Strom und natürlich der SD-Karten-Slot für MicroSD-Karten mit bis zu 32 GB. Sehen wir uns die Optik mal genauer an. Verbaut ist ein Objektiv mit 50 mm Durchmesser und einer fünffachen Vergrößerung, die fest eingestellt ist. Die Linse ist mit einem Multicoating vergütet und blau-violett. Mit dem Drehen des Objektivrings wird der Fokusbereich eingestellt. Der Fokus kann von unendlich bis auf 1,5 m scharf gestellt werden, was theoretisch auch Beobachtungen im Nahbereich ermöglicht. Damit auf dem Display für den Anwender alles scharf abgebildet wird, kann die Sehschärfe am Okular mit einer Links- oder Rechtsdrehung angepasst werden. Der Sehfeldwinkel beträgt 3,71 Grad, was bei einer Beobachtung auf 100 m Entfernung ein Sehfeld von 6,5 m ergibt. Bei völliger Dunkelheit ohne IA-Aufheller ist das Arbeiten mit dem Monokular nicht möglich, da der Chip dafür leider zu schwach ist. Hier sollte dann mit dem IA-Aufheller gearbeitet werden. Jetzt aber mal zum interessanteren Teil, und zwar der Aufnahmefunktion. Mit dem Monokular könnt ihr Fotos und Videos mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln ohne Ton aufnehmen. Die Bedienung ist sehr einfach. Über den Powerknopf rechts unter dem Monokular wird das Nachtsichtgerät eingeschaltet und ist nach Einstellen des Fokus und der Sehschärfe einsatzbereit. Über den Aufnahmeknopf links daneben kann die Videoaufnahme gestartet werden. Kurz nach dem Starten wird die restliche mögliche Aufnahmedauer angezeigt. Mit meiner leeren 32 GB Karte waren es 4 Stunden und 20 Minuten. Möchtet ihr nur ein Foto des Objekts aufnehmen, braucht ihr nur den vorderen Knopf auf der Oberseite mit Kamerasymbol zu drücken und das Foto wird im JPEG-Format abgespeichert. Der IA-Aufheller wird mit der mittleren Plus-Taste eingeschaltet und die Status-LED wechselt dann von blau auf rot. Reicht euch die Leuchtstärke nicht aus, kann sie mit einem weiteren Betätigen der Plus-Taste in 6 Stufen erhöht werden. Die Leuchtstärke wird euch auf dem Display mit einer leuchtenden Glühbirne dargestellt. Heruntergeregelt wird der IA-Aufheller mit der hinteren Minus-Taste und schließlich auch ausgeschaltet. Ist der IA-Aufheller ausgeschaltet, verschwindet die Glühbirne auf dem Display und die rote Status-LED wechselt wieder zu blau. Um wackelfreie Bilder aufzunehmen, gibt es ein Viertel-Zoll-Gewinde für Stative. Leider fängt das Gewinde erst ein paar Millimeter im Inneren an und es wird sehr knapp mit kurzen Stativschrauben. Für den sicheren Halt in der Hand gibt es im Lieferumfang noch eine Trageschlaufe, die unten am Nachtsichtgerät befestigt werden kann. Weiter im Lieferumfang findet ihr noch ein USB-Kabel zur Datenübertragung, vier Batterien, ein Putztuch zur Reinigung der Linsen und eine schwarze Tragetasche mit Schlaufen für das Tragen an einem Gürtel oder Ähnlichem. Liebe Zuschauer, das war das 5x50 Monokular von Bresser. Ich versuche jetzt mal das Gerät fair zu bewerten. Für allejenigen, die schon mal durch ein Generation 2 Plus Gerät oder höher gesehen haben, kann ich es nicht empfehlen, da sie den Unterschied einfach zu stark wahrnehmen werden und auch enttäuscht sein werden. Für alle anderen, die gerne in der Dämmerung beobachten und das Ganze auch noch filmen möchten, finde ich das Gerät ganz okay, allerdings für den Preis ein bisschen zu teuer. Kommen wir zu den positiven Punkten. Mir hat gut gefallen die Bedienung mit den großen Knöpfen und dass man es durch die Digitaltechnik auch bei Tag nutzen kann. Die Aufnahmefunktion ist auch ganz nett, allerdings für mich von der Aufnahmequalität nicht ausreichend. Kommen wir auch schon zu den negativen Punkten. Was meiner Meinung nach gar nicht geht, ist der viel zu helle Display. Da hätte ich mir eine Helligkeitsregulierung gewünscht. Außerdem ist das Zusammenspiel zwischen Vergrößerungsfaktor, Seefeld und die Erofäller bei Nacht nicht optimal. Bei Dämmerung sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus und macht auch mehr Spaß. Ansonsten noch ein paar kleine negative Punkte. Das Okular lässt sich sehr leicht verstellen. Es kann also mal passieren, dass ihr das mit dem Augelead schon verstellt. Die Datenübertragung mit dem Datenkabel ist bei mir sehr langsam gewesen. Da habe ich halt eher den Cardreader benutzt. Es ging ein bisschen schneller. Und wie schon erwähnt, das zu kurze Gewinde fürs Stativ. Für 150 Euro würde ich sagen, okay, kann man das Gerät mal ausprobieren, aber für 300 Euro kann ich es nicht empfehlen. Ich persönlich würde mir das Geld dann lieber sparen und ein bisschen mehr investieren. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet einen guten Einblick. Und ja, lasst ein Like da, kommentiert und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.